Drittes Lernvideo, dritter Teil vom schönen Walzer, wie es Wasserl. So, und jetzt gehen wir auf die dritte Reihe. Sind wir in der hohen Lage mit dem zweiten Finger. Jetzt pass auf, noch einmal. Und dann drücken. Das ist ein super Intervall. Das ist eine super Sache. Und dann. Das sind immer Umkehrungen. Noch einmal. Genau. Vierter Finger. Dann beginnt es wieder nach vorne. Was gut anschauen. Mit dem Bebos hören wir auf. Und dann wechseln wir in die Mittellage. Vierter Finger anfangen. Vierter Finger anfangen. Was ist das noch einmal. Das ist ein wenig. Und dann, die drei Teile vom wie es Wasserl. Wie immer, gutes Gelingen. Viel Spaß beim Musikieren. Untertitelung des ZDF, 2020